Zuletzt bei The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Auf der Insel der Ruinen begegneten wir den Rittern des Daiko-Königreichs. Diese offenbarten uns, dass ihr König von einem Monsterheim gesucht wird und seitdem keinen friedlichen Schlaf mehr im Tode findet. Wenn wir es schaffen, das Monster zu besiegen und den König wieder zur Ruhe zu betten, erhalten wir im Gegenzug den Smaragdstahl. Und das ist der letzte Stall, den wir benötigen, um das Phantomschwert zu schmieden. Ich hoffe, ihr seid bereit, Freunde. Denn heute geht es in den letzten Dungeon. In dieser goldenen Pyramide befindet sich Mutos Tempel. Und hier ist der letzte Stall, der letzte Boss, der letzte Herz-Container, Freunde. Hier kracht's. Schau dir diesen Tempel an. Sieht so aus, als seien die da ja voll mit Fallen. Wir sollten hier besonders vorsichtig sein, Hübi. Okay. Mit Bomben lässt sich Zeit gewinnen. Wähle den versteckten Pfad auf dem langen Weg und überquere die Brücke. Rechtzeitig. Ah, okay. Das klingt alles irgendwie sehr sass. Aber wir schauen jetzt... Das zieht mir nach... Warte mal, das kann ich sprengen. Das kann ich sprengen, oder? Ich wollte jetzt sagen, das ist entweder eine Falltüre oder ich kann es sprengen. Und ich kann es sprengen. Cool. Und ich kann es sprengen. So. Dann schauen wir mal hier lang. Dann machen wir hier auch mal auf. So. Ist hier irgendwas auf der anderen Seite, ne? Wir fangen jetzt erstmal an und hier wieder so ein bisschen zu erkunden. Nee, hier ist erstmal nichts. Okay. So. Und, äh... Was genau geht hier ab? Wir schauen uns das auch mal an. Da ist auch eine Falltüre. Okay. Und hier geht, ähm... Hier geht eine Tür auf. Die könnte mit dem Kristallschalter eventuell zu tun haben. Da bin ich noch unschlüssig. So, und hier geht es jetzt aber nicht rüber, ne? Nee. Okay. Äh... Alles klar. Dann würde ich vorschlagen, äh... Positionieren wir jetzt mal einfach eine Bombe. Ach, Bruder. Die sind, Gott, von der Falltüre. Die sind aber auch fies. Dann positioniere ich jetzt hier eine Bombe und laufe einfach mal in diese Richtung los, ne? Ja, das ist sogar richtig. Alles klar. So. Das war dumm. Bro. Damit habe ich ja quasi jetzt schon komplett verschießen, oder? So. Oh, nein. Ja, das war... Das war nicht gut. Okay. Dann müssen wir so ein bisschen auf den passenden Rhythmus auch bei... ... bei diesen Würfeln hier achten. Vor allem bei dem oberen Würfel muss ich drauf achten. So, warte mal. Dann starten wir jetzt mal hier. Ich hoffe, das reicht von der Distanz. Ja. Und das war einfach schon wieder komplett falsch getimed. Ah. Wie viel Pech kann man haben? Mann. Okay. Okay. We got this. We got this. So. Wir helfen die Bombe hierhin. Wenn ich jetzt... Och, Mann. Warte mal. Aber ich könnte noch Glück haben. Ich könnte noch Glück haben. Ja. Wenn wir es jetzt schaffen. Holy shit. Das war so knapp. Das war so knapp. Eigentlich war die Brücke weg. Also, wenn wir ehrlich sind, hätte Link fallen müssen, ne? Aber... Alles gut, Freunde. Ich... Ich akzeptiere es. Ich akzeptiere es gerne. Wenn ich hier nicht aufs Maul bekomme. So. Und jetzt? Zack. Haben wir hier einmal ein paar Skelette, die wir erledigen müssen. Aber das sollte gar kein Problem sein. Und was bringt uns das Ganze jetzt? Aha. Wir können jetzt hier eine Fackel aktivieren. Ich habe sogar Pfeile bekommen. Okay. Und wahrscheinlich muss ich das gleich auf der anderen Seite tun. Vermutlich muss ich hier mich einmal auf beiden Seiten dieser Pyramide durchboxten. Ich finde es auch cool, dass der Grundriss von diesem Tempel eben auch so pyramidenförmig ist. Das gibt dem Ganzen noch mal einen schönen Wipe. So. Und warte mal. Was war hier mit dem langen Weg? Da war doch irgendwas. Wähle den versteckten Pfad auf dem langen Weg und überquere die Brücke. Okay. Aha. Passt auf. Dann legen wir jetzt einfach hier die Bombe hin. Und ich laufe einfach schon mal instant los, ne? Oh mein Gott. Wegen der Falltür. Also wegen der Animation bin ich jetzt nicht runtergefallen. Holy shit. Okay. Das hat geklappt. Und auch hier kann ich jetzt die Tür öffnen. Damit müssen wir das zumindest nicht nochmal machen. Das ganze Timing-Ding hier. Das ist ganz schön. So. Und hier oben kommt jetzt quasi nochmal ein Kampf. Ich nehme wieder meinen Greifhaken. Weil es wieder die Skelette sind. Ja. Okay. Also ich habe das Gefühl, dass wir die Skelette in diesem Dungeon noch häufiger sehen werden. Ich habe das Gefühl, die sind so ein bisschen der Hauptgegner. Der Hauptgegner von diesem Dungeon. So. Zack. Und Fackel an. Und das entfernt hier die Stacheln. Und ich glaube, wir haben das erste Secret geschafft. Oder den ersten Dungeon. So. Jetzt kommen hier schon Skelette mit irgendwelchen Hüten. Okay. Das scheinen, glaube ich, Nahkämpfer zu sein. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ähm. Die hatten, glaube ich, so ein Schwert in der Hand. So. Aha. Schaut mal. Da unten ist aber was geflutet. Dieser Dungeon hat auf jeden Fall auch wieder mit dem... Mit diesem typischen Wasserablassen zu tun. Was wir auch schon auf der Hauptinsel hatten. So. Ihr seid mit dem Greifhaken sehr entspannt und schnell erledigt. Das ist eine Brücke mit crazy Stacheln an der Seite. Okay. Und das ist der einzige Weg, den ich aktuell gehen kann. Ne. Ich folge den Wegen. So. Oh. Ich kann nicht mehr was tun. Da ist ein Schalter, den ich hier aktivieren kann. Ich glaube, so einen haben wir auch schon mal im Tempel des Meereskönigs gesehen, wenn ich mich recht erinnere. So. Okay. 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 Jetzt wird es interessant. Wir haben auf jeden Fall neue Pfeile bekommen. Das heißt, hier kann ich mich auf jeden Fall gut durchmogeln. Die Frage ist jetzt wieder. Gibt es hier irgendwo fiese Falltüren, von denen ich wissen sollte? Warte mal, ich kann mich ja mit dem Boomerang so ein bisschen umschauen. Da ist eine Truhe. Okay. Die wollen wir auf jeden Fall, Freunde. Die wollen wir auf jeden Fall. Die ist auch echt. Der Rubin, der auch. Aber der nicht, oder? Ne, der nicht. Sehr gut. Und das beschert uns eine Helmerrockfeder. Ich glaube, die gibt uns 800 Rubine beim Schatzmeister. Wenn man noch Rubine baut, wäre das auf jeden Fall ein guter Fund. Wir sind leider schon ziemlich ausgesorgt. So, hier ist schon wieder so ein Knopf, den ich nicht drücken kann. So, den habe ich vorhin schon gesehen. Ich frage mich, was das ist. Ich glaube, ich habe so einen auch im Tempel des Meereskönigs gesehen. Sieht aus wie ein Schalter, aber er ist rostig und wird wohl nicht nachgeben, auch wenn du dich draufstellst. Ja, die sind irgendwie kaputt. So ein bisschen kaputte Mechanik hier. So, und was ist jetzt hier los? Aha. Ich sehe auf jeden Fall aber auf der Karte, dass oben in der Ecke auch noch ein Gegner ist. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht ein Raubschleim ist. Ja, so sieht es aus. So, und oh! Ist das jetzt schon das Dungeon-Item? Weil wir sind jetzt auch oben in der Spitze der Pyramide, ne? Die Räume wurden immer kleiner, weil wir immer weiter nach oben klettern. Let's go! Freunde, wir haben den Hammer! Er ist klein, aber schlagfertig. Tippe um dich herum, um zuzuschlagen. Wenn du den Touch-Band gedrückt hältst, kannst du sogar den Hammer aufladen. Der Wirkungsbereich wird größer. Und das ist so cool, Freunde. Wir können damit sogar Rubine auf Distanz einsammeln. Das ist so ein geiles Item. Das ist mit auf jeden Fall, rein vom Gameplay-Aspekt und vom Feeling her, mit Abstand, Freunde. Mit Abstand das coolste Item. Leider kommt es eben erst ganz am Ende vor und dadurch wird es kaum gebraucht. Tritt auf die Fußabdrücke, hau dem Pfosten. Putz! Und so baut man sich quasi eine eigene Wippe. So, und jetzt sehe ich auch gerade, bestimmt kann ich euch kaputt machen, oder? Jawollo! Man kann einfach nur um sich prügeln. Aber ich verstehe, warum sie das so spät gemacht haben, weil das einfach ein viel zu unfaires Item wäre, wenn man das früh bekommen würde. Alle Kämpfe wären useless. Es befinden sich keine Schatztruhen mehr auf dem Stockwerk. Ja, großartig. Okay. Und damit können wir uns jetzt wieder einmal durch den kompletten Dungeon prügeln. So, ich töte hier immer alle Gegner. Falls hier vielleicht nochmal irgendwo ein Gegner spawnen möchte. So, und wir marschieren wieder nach unten. Das ist K1. Okay, Kellergeschoss 1. Und hier, euch kann ich rollen, oder was? Schauen wir mal. Ja, okay. Also, ich muss hier auch wieder die Felsen passend manövrieren. Da brauche ich einen Schlüssel. Und hier wird wieder gekämpft. So. Alter, wir können die einfach komplett pulverisieren. Die verschwinden einfach. Wir radieren sie einfach aus der Weltgeschichte. Holy shit! Wow! Okay, das ist krass. Das ist krass. So, wir sind im zweiten Kellergeschoss, Freunde. Jetzt sind wir ganz deep in der Pyramide. Oh, zack, zack. Ganz schnell hier alles aktivieren. Ist da drüben eine Truhe? Nein. Okay, ja, es ist... Wie gesagt, das Item ist unfassbar overpowered. Deswegen kann ich absolut nachvollziehen, warum sie das erst so spät dem Spieler geben. Wie gesagt, Kämpfe würden komplett useless werden, wenn man das so früh bekommen würde. Ja, dementsprechend alles in Ordnung. Ich bin jetzt nicht böse. Aha. Hier haben wir sogar auch noch eine Truhe. Sehr schön. Mit einem Muttropfen. Ich glaube, das ist unser Vorletzter. Ich glaube, das ist unser Vorletzter. Let's go! Let's go! Ey, wir machen einen mega guten Job. Hier oben ist auch noch mal eine Truhe. Mit dem kleinen Schlüssel. Stark. Nice, Serrino. So, hier kann ich das auch aktivieren. Ich liebe es, Abkürzungen zu öffnen. Das ist das typische geile Dark Souls-Gefühl. Wenn du dir die Wege zurück dahin öffnest, von wo du gerade herbekommen bist. Immer wieder, immer wieder schön. So, und was geht jetzt ab? Da war irgendeine schwebende, goldene Pyramide. Okay, dann kann ich nicht draufhauen. Okay, ich muss sie antippen. Ah, die sind quasi wie aus Super Mario 64. Aus der Wet Dry World. Da waren es ja auch, glaube ich, so Pyramiden, die man aktivieren musste. So, und hier gibt es das Rätsel. Genau. Man haut quasi mit dem Hammer drauf. Und alle im Wirkungsradius, alle Flächen im Wirkungsradius drehen sich um. Sehr, sehr geil. Ich liebe den Dungeon, Freunde. Ich liebe den Dungeon über alles. Der macht so Spaß. So, wir öffnen uns hier von oben auf die Brücke. Ah, nee, muss ich gar nicht. Warte mal. Hä? Warte mal, ich kann mich jetzt da hochheaten. Ah, warte mal. Wenn ich hier Pfeile bekomme. Moment mal. Warum bekomme ich hier Pfeile? Bringt mir das irgendwas? Ah! Ich kann da drüben jetzt draufschließen. Ich wollte gerade sagen, aus welchem Grund gibt mir das Spiel hier Pfeile? Das muss irgendeinen Sinn haben. Und den hat es auch. So, jetzt müssen wir hier aufpassen. Wir hauen jetzt hier quasi immer außen. Damit wir hier quasi... Ah, nee, so. Doch, damit wir hier das passend drehen können. Und damit öffnen wir diese Tür. Es geht voran. Es geht voran. Oder irgendwie einfach ein Auto kaufen. bei dem sie wissen, dass das eine unfassbar dumme Investition ist. So, aber es macht einfach Spaß. Wisst ihr so? Es ist einfach so eine Investition, die einfach Laune macht. So. Das funktioniert auch. Das Ding ist, dass, glaube ich, halt auch diese Kipprätsel für mich mittlerweile kein Problem mehr sind. Und ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht für mich als Kind ein bisschen herausfordernder waren, dass ich das vielleicht nicht so ganz durchblickt habe. Aber, hey, na, alles entspannt. Wir kennen die Schwäche dieser Tempel. Wir wissen, dass die Tempel in Phantom Hourglass sehr, sehr kurz sind. Und, äh, wir genießen sie einfach. Mal schauen, ob das hier auch eine Einpartshow wird. Aber wir haben einen ordentlichen Speed drauf, auf jeden Fall. Die wahre Form, die den Pfad öffnet, ist hier aufgezeichnet. Oh, okay. Warte mal, das merke ich mir. So, auf, dann machen wir jetzt einfach hier. Zack, 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 zack. So. So. Okay. Dann habe ich mir das auf jeden Fall mal markiert. Da oben kann ich wieder, äh, da oben kann ich auf jeden Fall wieder die Wasserausrichtung ändern. Drei Schatztruhen sind hier noch. Das ist eine ordentliche Menge. Okay. So, und dann muss ich wahrscheinlich hier, ähm, wahrscheinlich gibt es hier der Pfeile, ja, hier gibt es hier der Pfeile, von hier das irgendwie ändern. Oder kann ich da drüben irgendwas machen? Ah, ich kann da die Ausrichtung nach unten ändern, dass das Ding jetzt, glaube ich, für uns die wasserverändernde Pyramide aktiviert. Sehr gut. So, und hier muss ich jetzt wahrscheinlich die wahre Form aufzeichnen, Freunde. So, ich hacke jetzt erstmal in die Mitte. So, das passt. Da muss ich hier mal alle drei ändern, den unteren nochmal. So, und hier quasi nur die Mitte. Da muss ich jetzt einmal oben und einmal unten. Genau! Und die Tür geht auf. Wahnsinn. So, wir müssen jetzt, glaube ich, wieder einmal das Wasser wieder ablassen, dass ich hier durchkomme. Das hat wirklich so Mario 64 Pipes. Warum macht Nintendo das? Was ist der Sinn dahinter, so, 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 so pyramidenartige Objekte als, als Wasserstandmesser zu nehmen? Ähm, habe ich da irgendwas, habe ich da irgendwas übersehen? Ist das, ist, ist die Form irgendwie, keine Ahnung, etabliert mit Wasser? Also, mit Pyramiden denke ich halt legit nur an, ich denke nur an, äh, warte mal, schau mal hier. Ah, ich verstehe, hier kann ich das nach oben rollen. Ich denke dabei nur an Ägypter. Also, wenn ich, wenn ich Pyramiden sehe, ich denke an Ägypten, Freunde. Äh, und irgendwie nicht an Wasser, aber, wer weiß. Vielleicht ist das in Japan anders, ne? Die japanische Kultur tickt immer ein bisschen anders. So, das ist die zweite Truhe, die auf dem Stockwerk ist. Das heißt, eine Truhe muss es noch geben. Das könnte eventuell sogar die Boss-Truhe sein. Ich weiß es aber nicht genau. So, jetzt kann ich hier oben lang, ja, da ist sie, da ist sie. Genau, das haben wir vorhin gesehen, aber da war vorhin noch Wasser da. Den Schlüssel haben wir auch. So, das heißt, für mich geht es jetzt schon in Richtung Boss, oder wie? Hier kann ich wieder den Stein nach oben hieten. Zack. Kann ich das auch von hier unten machen? Ah, nee, warte mal. Ich kann mich einfach hinterher schießen. Stimmt. Klar. Überall, wo ich den Kollegen hochfeuere, kann ich mich selber ja auch hochfeuern. Zack. Der wird hier einmal schön manövriert. Wir hinterher. So, und jetzt vertraue ich einfach mal den grauen Bodenfliesen hier. Und werfe den mal da runter. Ja. Um tatsächlich an den Boss hier ranzukommen, oder? So sieht es aus. Wow. Den Dungeon haben wir mal kurz in 17 Minuten gespielt. Damn, boy. Damn. Okay. So, und jetzt muss ich hier quasi einmal zurück. So, jetzt werde ich, glaube ich, wieder attackiert. Aber ich kann den Schlüssel tatsächlich einfach hier vor mich legen. Und die hier alle jieten. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass ich vielleicht noch eine Belohnung dafür bekomme, wenn ich hier alle Skelette töte. Aber leider nicht. Aber leider nicht. Na dann. Aktivieren wir das Schloss. Und dann sind wir hier auch schon durch. Aber, Freunde. Ein großes Aber. Wir werden jetzt, glaube ich, mit dem coolsten Boss im gesamten Spiel belohnt. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Aber ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich schau jetzt noch mal kurz hier hinten. Oder, warte mal. Ich kann auch von oben schauen. Ich kann auch von oben einfach runterhüpfen. Ja, da ist nichts mehr. Okay, okay. Ich glaube, wir kriegen jetzt einen unfassbar epischen Bossfight präsentiert. Das kann jetzt, glaube ich, richtig nice nochmal werden. So, wir aktivieren ein letztes Mal vor einem Dungeon-Boss das blaue Licht. Falls wir zurück wollen. Aber ich hoffe nicht, dass wir das müssen. Ich hoffe, dass wir alles haben. Rein da. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Freunde. Ein Boss, der sich über zwei. Ein Boss, der sich über zwei Bildschirme erstreckt. Uralter Soldat. Odis. So. Und ich glaube, bei dem können wir uns hier nach oben hiehen. Um dann quasi mit dem Hammer. Aua. Seine Schwachpunkte anzugreifen. Und man muss die Schwachpunkte häufiger treffen. Man muss wirklich in der Luft so richtig auf ihn einhacken. Das ist so... Oh, es ist so episch. Und ich bin gerade nicht sehr smart darin, seinen Attacken auszuweichen. So. Sehr gut. Ich rieche mich gleich nochmal hoch. Zack, zack, zack. Oh, ich kann nix treffen. So. Der Arm ist down. Und wir müssen jetzt hier eben Stück für Stück ausweichen. Wir müssen jetzt hier Stück für Stück die Steinrüstung, äh, die Steinrüstung von seinem Körper hacken. So, und jetzt muss ich irgendwie mal hinter ihm kommen. Passt auf. Da laufe ich jetzt mal unter ihm durch. Ja. Der checkt das nicht. Geil. Das passt. Ich, 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 ich hiete mich nochmal hoch. Ah, schade. Er kann ich nicht mehr treffen. Okay. Aber wir können einfach nochmal unter ihm durchlaufen. Dann ist er wieder für einen kurzen Moment verwirrt. Und so. Jetzt dreht er sich wahrscheinlich wieder. Sehr gut. Und jetzt schießt er auch wieder mit Pfeilen auf uns. Aber das Ding ist, er kann sich nur vorne wehren. So. Und jetzt haben wir sogar seinen Kopf attackiert. Er hat nur noch seinen Helm, Freunde. Er hat nur noch seinen Helm. Ich liebe diesen Boss. Er ist so cool inszeniert. Und ich glaube, in Spirit Tracks und in Phantom Hourglass ist jeweils der letzte, oh, jetzt habe ich ihn nicht getroffen, ist jeweils der letzte Boss, glaube ich, einer, der sich über zwei Bildschirme auf jeden Fall erstreckt. Das ist so ein monumentaler Riesenfight. In Spirit Tracks war das, glaube ich, dieser eine, den man quasi, äh, wo man so mit, 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 mit einer Lore um ihn rumfahren musste. So. Und der besteht jetzt nur noch aus Holz. Aber was kann ich da jetzt tun? Ah! Okay, Freunde. Ich sehe, was wir tun können. So. Oh, yes. Oh, yes. Er zerbricht. Er zerbricht. So. Und jetzt? Kann ich mit dem Hammer auf ihn draufhauen? Nee. Und ich liebe die letzten Bosse. Aus Spirit Tracks sowie Phantom Hourglass. So, jetzt schauen wir mal. Ob ich irgendwie auf ihn draufkomme. Okay, er muss weiter in meine Richtung. Aua, aua, aua. Genau. Hoch da. Sehr gut. Ich hau einfach mit dem Hammer. Hacken, 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 hacken. Das war, glaube ich, guter Damage. So, aber den behalte ich mir den gleich hier unten, ne? Genau, dann behalte ich mir den gleich hier in der Nähe von diesem, äh, von dieser Wippe. Jawollo. Weißt du, du warst groß und episch, aber dies soll dein Ende sein. Nicht besonders schwer, ich weiß. Aber cool. Wirklich cool. Das müssten, glaube ich, nochmal weitere, neue, zwei Minuten für uns sein. I guess. Jawollo. Du bekommst mehr Sand für die Sanduhr. Zwei Minuten wurden hinzugefügt. Sehr geil. Und das hier müsste jetzt der letzte Herzcontainer sein. So ist es! Geil! Epic, 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 sage ich da nur. So, und hier ist jetzt hoffentlich, schau nochmal kurz die Grabkammer mir genauer an. Hier schimmelt jetzt hoffentlich der wunderbare König Muto, der jetzt wieder pennen kann. Oh, du bist derjenige, der meinen Tempel die Stille zurückgegeben hat. Mein Name ist Muto. Ich bin der König des großen Daiko-Königreichs. Nur der wahre Held trägt die drei Lichtgeister des Meereskönigs bei sich. Nicht zu vergessen, die Fähigkeit, das garstige Monster zu besiegen. Ich weiß, was du suchst. Dann befindet sich der Meereskönig also in großen Schwierigkeiten. Warum ist der Oberkörper frei? Ich kann euch in meinem gegenwärtigen Zustand nicht helfen, aber solange ihr da seid, bin ich guten Mutes. Ich werde dir unseren heiligen Schatz geben, den Smarktstahl. Bitte nimm ihn an dich, ich werde nun wieder schlafen gehen. Witz den Ahle darauf, dass du dich um den Meereskönig kümmerst. Ich find's so geil, ne? Bei denen ist das so der heilige Schatz, ne? So, es gibt nichts Krasseres als diesen Stahl. Und bei den Guronen mussten wir einfach fünf Quizfragen beantworten, ne? Und dann war so, ja, ja, nimm ihn dir mit. Du bist einer von uns, du hast die fünf Quizfragen beantwortet. Das ist so crazy. Du hast es geschafft, du, wie du hast den Stahl. Komm schon, lass uns schnell zurück zu Lineback gehen. Jawoll, das ist keine Tür hier, ne? Das ist ein bisschen anders wie eine Tür. Ne. Nice! Das war, Freunde, der letzte Dungeon. In 24, in 23 Minuten. Ah, okay. Aber, Friends, wir sind auf der Insel der Ruin noch nicht ganz fertig. Ihr seht es auf der Karte. Ich hab mir da was eingekreist. Irgendwie sieht das ein bisschen so aus, als ob da, glaube ich, durch das Ablassen des Wassers, äh, nochmal eine Höhle freigesetzt wurde. Ich hab die mal eingekreist. Das ist mir zwischen den Parts aufgefallen. Und ich hab die mir eben eingekreist, dass ich die nicht vergesse. Ich glaube, wir waren da noch nicht drin. Weil die einzige Höhle, in der wir drin waren, war die am Spawn. Ne? Das sind diese zwei Eingänge. Das ist dieser Eingang und dieser Ausgang nebeneinander. Das da, wie gesagt, das ist ja... Darüber wissen wir ja Bescheid. Aber über mehr weiß ich jetzt aktuell noch nicht Bescheid. Oh, aber hier geht's gar nicht für mich lang. Ah, ich muss da runterhüpfen. Okay, okay, warte mal. Äh, ich cutte euch das ganz fix. Hier unten ist die Höhle, Freunde. Hier ist sie. Und da waren wir nicht drin. Da waren wir nicht drin, ne? So, was geht hier ab? Das Gute ist, ich kann mit dem Hammer ja auch auf Distanz checken, ne? Was hier funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Sehr gut. Und hier haben wir einen Weisheitstropfen. Yes! Sehr schön. Das heißt, ich muss jetzt nur noch... Drei, zwei, sechs. Sechs Tropfen muss ich backtracken. Und bestimmt sind davon noch eins, zwei im Tempel des Meereskönigs. Also, vielleicht haben sie im Laufe des Projekts so vier vergessen oder so. Ich glaube, das ist eine Quote, auf die wir sehr stolz sein können. Ich glaube, ich glaube, das ist in Ordnung. Man findet, glaube ich, nie blind instant alle Secrets. Aber wie gesagt, also mit, 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 sag ich mal so roundabout vier vergessenen Tropfen. Wir haben ja wirklich noch viele Secrets im Tempel des Meereskönigs, die wir sammeln müssen. Ich glaube, damit können wir sehr, sehr zufrieden sein. So, jetzt muss ich nur noch den Weg zurückfinden. Ich hoffe, dass das hier geht. Wir müssen nur noch irgendwie zum, zum, zum Schiff kommen. Aber, ja, doch, das geht. Ich glaube, wenn wir jetzt hier hochgehen, dann können wir, glaube ich, von hier zur Lineback runterhüpfen. Geil! Und damit sage ich danke fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal sammeln wir die letzten Lichtgeist-Tropfen. Dann schmieden wir uns das Phantomschwert. Und dann geht es wahrscheinlich zum letzten Mal in den Tempel des Meereskönigs. Wobei wir da noch ein bisschen was finden. Ich glaube, wir finden da noch ein, zwei Schatzkarten, für die ich wieder raus muss. Aber, na, ihr wisst Bescheid. Finalstimmung kommt auf. Tschüss! Ein großes Dankeschön an JT90, Lord Darkflow und Heilang für euren Riesensupport mit der dicken Kanalmitgliedschaft. Ich danke euch, dass ihr dieses Projekt so am Leben haltet.